so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute gibt es zum einen erst einmal die top 10 vorschau auf das neue quartal 2017 auf das dritte nämlich und nachher gibt es natürlich noch eine kritik auf meinem kanal da ich ja drei wochen lang kritiken durchziehen moment und heute die top 10 vorschau auf das neue quartal und ich möchte keine zeit verlieren wir fangen direkt an mit platz nummer zehn für die alle noch mal ganz kurz was ist die top 10 vorschau auf das dritte quartal ich präsentiere euch jetzt zehn filme auf die ich mich am meisten im dritten quartal 2017 freue und damit können wir ein bisschen was dazu sagen auf jeden fall was warum und wir schauen einfach mal wie das wird platz nummer zehn geht an die circle mit tom hanks und emma watson in der hauptrolle finde ich gar nicht mal so schlecht vom trailer her gehabt hatte wieder was so ein bisschen in der neuzeit sage ich jetzt mal in dem in der jetzigen zeit in der wir uns befinden vor allem halt mit technologie die sich immer weiterentwickelt und tom hanks hat in dem film oder im trailer so ein bisschen für mich immer so ein bisschen den leichten steve jobs effekt gemacht mit seinem bart so ein bisschen und auf der bühne zu stehen sozusagen das fand ich relativ cool das hatte so ein bisschen mal so ein bisschen was von steve jobs so in dem er halt sein sein neues projekt also eben das circle präsentiert und das war wirklich richtig gut aus ich freue mich auf die circle mein platz nummer zehn platz nummer neun killers bodyguard mit samuel jackson und ryan reynolds in der hauptrolle das poster sieht ja erstmal schon relativ genial aus weil es leichte adaptation an bodyguard ist und das ist wirklich wirklich richtig nice und ich fand den trailer auch verdammt witzig muss ich sagen das sieht richtig richtig gut aus und deshalb killers bodyguard ist so mit die komödie die ich in meiner top 10 ist es so wenn man es haben möchte die halt wirklich größtenteils auf witzig basiert es ist eben killers bodyguard und sieht gut aus ich freue mich drauf mein platz nummer neun auf platz nummer acht habe ich der dunkle turm eine steven king verfilmung mit für mcconaughey und idris elber in der hauptrolle sieht auch ganz nice aus auf jeden fall ich habe das buch nicht gelesen ich denke mal ich werde auch nicht dazu kommen das buch noch irgendwie vorher zu lesen und deshalb einfach mal werde ich einfach mal schauen wie das ganze sich da so miteinander verbindet weil vielleicht werde ich das nachträglich noch nachholen aber es ist eigentlich immer besser wenn man so filme die auf büchern basieren die dass man die einmal vorher gesehen hat ja dass man die vorher gesehen hat dass man die vorher einmal gelesen hat ja das buch damit man so gucken kann wie ist das buch wie ist der film ist das gut zusammengesetzt das ist bei mir immer so wenig der fall weil ich nicht so viel lese und deshalb mein platz nummer acht an den dunkle turm machen wir weiter mit platz nummer sieben und das ist valerian und hier muss ich sagen ich habe schon einige kritiken dazu gelesen also oder stimmen sage ich jetzt mal mir durchgelesen viele loben vor allem hier die äh cgi effekte und es sieht halt natürlich auch der film ist muss man dazu sagen ist erstmal vom regisseur der lucy gemacht hat und das fünfte element oder leon der profi und der film sieht natürlich schon relativ mhm cgi lastig aus sage ich jetzt mal und ich lasse mich da immer gerne überraschen ich bin ja eigentlich kein freund von immer so tausend von milliarden effekten sage ich jetzt mal wenn du da wirklich in einem film siehst denkst du mal das sieht ja eigentlich aus als ob es jetzt die ganze zeit nur aus dem computer kommt bis auf die schauspieler aber es sieht trotzdem nicht verkehrt aus deshalb mein platz nummer sieben auf platz nummer sechs habe ich baby driver vom regisseur edgar wright der unter anderem zum beispiel den film hotfass gemacht hat mit simon peck und nick frost und hat glaube ich sogar auch noch the world's end gemacht den ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe der auch nicht schlecht war muss ich sagen jetzt im baby driver und der soll wirklich richtig gut sein der hat beste kritiken bekommen soll einen super interessanten soundtrack haben und da freue ich mich auf jeden fall drauf kevin spacey spielt außerdem noch mit in dem film und der ist ja an sich schon einer meiner lieblings schauspieler wenn ich sogar meinen lieblings schauspieler an sich und deshalb freue ich mich auf diesen film mein platz nummer sechs machen weiter mit platz nummer fünf und da habe ich atomic blonde mit charlene ferron und james mcavoy in den hauptrollen sieht ganz nice aussieht auf jeden fall mal nach so einem film wieder aus der richtig nice action hat auf jeden fall beziehungsweise auch dieses setting mit berlin zu ostzeiten zu ddr zeiten sage ich jetzt mal das sieht wirklich wirklich richtig gut aus ich mag den film vor allem aber auch weil charlene serone da richtig nice rolle spielt also was man bisher im trailer gesehen hat und deshalb mein platz nummer fünf machen wir weiter mit platz nummer vier und das ist ein sequel nämlich king's man the golden circle nämlich die fortsetzung zu king's man the secret service mit und colin ferv der ja auch wieder mit dabei ist dann haben wir noch wir haben noch mit dem mark strong haben noch mit dabei und diesmal den bösewichten spielt julian moore die die ersten zwei trailer ja die haben jetzt immer noch nicht so viel ausgesagt muss ich sagen zu diesem film weil ja wir haben halt eher mehr so ein bisschen nice zusammengeschnitten action mit vielen szenen aber wenig handlung bisher gemacht ja aber trotzdem vertraue ich darauf dass king's man das wirklich gut umsetzen kann weil king's man the secret service war noch mal wieder so ein film wurde gesagt hast jo der hat mal wieder alles richtig gemacht das war james bond ein bisschen übertrieben aber nice gemacht auf jeden fall und deshalb freue ich mich auf jeden fall auf king's man the golden circle wenn man den film auf jeden fall im kino ansehen und damit kommen wir zu der top 3 auf platz nummer drei haben wir planet der affen 3 survival ich bin kein freund vom allerersten teil von planet der affen also von dieser trilogie sagt man von dieser neuen trilogie nämlich planet der affen revolution den finde ich echt schlecht muss ich sagen da bin ich wirklich keinen freund von im gegenzug natürlich liebe ich aber einfach den zweiten teil von planet der affen also revolution der war ja wirklich richtig richtig gut und ist auch richtig gut bei den ganzen leuten angekommen und nun haben wir eben glaube ich wenn ich richtig gelesen habe den abschluss dieser trilogie eben mit planet der affen survival ich habe aber auch hier schon gelesen die kritiken die sind wirklich gut wieder umgesetzt auch hier wieder das optische es steht da weit im vordergrund aber auch wo die herrlsen im trailer macht schon eine nice rolle aus auf jeden fall und deshalb freue ich mich auf planet der affen 3 mein platz nummer drei auf platz nummer zwei haben wir diesmal einen marvel film und zwar spiderman homecoming trailer sehen nice aus erste kritiken verlauten dass der film sehr lustig beziehungsweise sehr witzig wird auf jeden fall aber so ganz traue ich diese sache auch noch nicht so über den weg so spiderman homecoming ja ich mag die alte spiderman trilogie auf jeden fall also mit toby mcguire ich bin kein freund von der mit andrew garfield ja die hat mir nicht so wirklich gefallen oder beziehungsweise die zwei teile haben mir nicht so wirklich gefallen und mir hat aber tom holland in spider-man homecoming sehr gefallen auf jeden ach in civil war sehr gefallen in homecoming ich weiß noch nicht ob er im solo film vertragen wird ich weiß nicht inwiefern robert downey jr da vielleicht noch so ein bisschen mit iron man drin möchte ich hoffe dass es nicht zu viele szenen mit iron man gibt weil sonst können wir den film auch vielleicht iron man 4 nennen oder so und das möchte ich einfach nicht wie gesagt ich hoffe dass es nicht zu viel iron man in spiderman homecoming ist und damit bin ich durch mit meinem zweiten platz und wir kommen zum platz nummer eins und das ist ein christopher nolan film nämlich dunkirk zum einen warum ist auf platz eins ich bin ein kriegsfilm fan platz nummer zwei ich mag filme nach wahren begebenheiten und platz nummer 30 christopher nolan film und der sieht halt wirklich richtig gut aus in den trailern ich denke auch das könnte mal wieder ein film werden ein kriegsfilm werden der ohne viele schlacht szenen sage ich jetzt mal oder ohne viele gefechte auskommen könnte weil christopher nolan hat gesagt es ist nicht so der kriegsfilm klar haben wir einige kurze szenen wo wir sagen jo alles klar jetzt sind wir wieder in einem gefecht aber der film wohl soll wohl mehr erzählerisch sein als dass er mehr so zum kriegsfilm wird und das glaube ich das könnte gut funktionieren woran ist aber bei mir immer noch so ein bisschen wo ich immer noch so ein bisschen überlege was da nicht so ganz funktionieren könnte ist halt christopher nolan ist ja eher mehr so der regisseur für filme wie inception interstellar memento ist mit so what the fuck momenten immer drin oder mit so einem richtigen mein fucking film wie das ganze jetzt in dunkirk aussieht da bin ich auf jeden fall doch so ein bisschen skeptisch und da lassen wir uns einfach mal überraschen wenn wir den film im kino sehen und damit bin ich durch mit meiner top 10 vorschau auf das dritte quartal 2017 ich hoffe ihr konntet auch ein film für euch gewinnen ich bin raus haut rein und ciao